Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sie wurden heute eingeladen, sich über etwas Neues, absolut Innovatives zu informieren, das in der Zukunft nachhaltig für alle Menschen einen ganz großen Gewinn darstellt. Eingehend möchte ich sagen, wir erleben sicherlich die einschneidendsten wirtschaftlichen Veränderungen aller Zeiten durch die sogenannte Digitalisierung des gesamten Weltmarktes. Es eröffnen sich unsagbar viele neue Möglichkeiten und gleichzeitig steht uns eine massive Bereinigung des Marktes bevor. Altgediente Systeme und Technologien werden verschwinden und neue Innovative und darüber genau sprechen wir heute. Innovative Ideen werden den Markt dominieren und darunter wird es einige wenige geben, die zum Maßstab dieser neuen Ära werden. Und genau hier möchte sich Asira das Unternehmen für die Menschen einreihen und tut es bereits schon. Ich zeige Ihnen heute, wer steht hinter Asira, die Vision, die Umsetzung und die Verdienstmöglichkeit. Wer steht nun hinter Asira? Dr. John Saturas. Er ist der Gründer und CEO von Asira. Ein genialer Unternehmer und Multimillionär mit einem hochkarätigen Team an seiner Seite. John Saturas ist eine Koryphäe im Network Marketing. Auf der Rangliste der erfolgreichsten Networker steht er auf Platz 7. Durch Network Marketing wurde er mehrfacher Millionär. Er hat an Universitäten gelehrt und gehört zu den erfolgreichen Visionären dieser Welt. Er ist Mitproduzent des mehrfach ausgezeichneten Films Beyond the Secret und hat 2021 neben weiteren Auszeichnungen den Globie CEO World Award gewonnen. Eine Auszeichnung für besondere Führungskräfte. Auch in diesem Jahr wurde er mit verschiedenen Auszeichnungen geehrt, unter anderem mit dem Gold Stevie Award für den Chairman of the Year. Das Führungsteam neben John. Belinda Lee, Bestsellerautorin, mehrfach ausgezeichnete Trainerin und Unternehmensberaterin, die voll und ganz Ja zu Asira gesagt hat und im Hintergrund die Organisation von Asira leitet. Und Curtis Randall, ein international bekannter Fachmann im Bereich Filmregie, Live-Produktion und Werbung. Er leitet das kreative Team des Asira Filmstudios. Gemeinsam mit John stehen sie als qualifizierte Experten hinter Asira und garantieren einen zügigen und stabilen Aufbau unserer Firma. Dr. John Saturas hat die finanziellen Mittel, die richtigen Experten an seiner Seite und vor allem auch das erforderliche Wissen, um seine Vision in die Tat umzusetzen. Und er macht es. Für uns. Für das Unternehmen. Für die Menschen. Und sie sind eingeladen und können im Aufbau bereits mitverdienen. Wie fühlt sich das an? Bei etwas so Großartigem die Möglichkeit zu haben, von Anfang an mit dabei zu sein. Dr. John Saturas hat im Leben alles erreicht. Doch ihm ist bewusst, dass ihm viele Menschen auf seinem Weg geholfen haben. Und daraus ist seine Vision entstanden. Mehr als einer Milliarde Menschen zu helfen, eine bessere Lebensqualität zu erreichen. Was braucht es, um ein glückliches, erfolgreiches Leben zu führen? Für Dr. John Saturas gibt es hierfür zwei wichtige Bausteine. Erstens, das Wissen. Wissen, wie man erfolgreich die eigenen Wünsche und Visionen erreicht und das volle Potenzial als Mensch lebt. Und zweitens, die finanziellen Mittel dazu. Denn Herausforderungen, die ja jeder Mensch hat, werden leichter mit Geld gelöst als ohne Geld. Mehr als einer Milliarde Menschen eine bessere Lebensqualität bis hin zur finanziellen Freiheit zu ermöglichen, ist natürlich ein riesiges Projekt. Und um das zu erreichen, braucht es eine geniale, einfache und gewinnbringende Geschäftsidee. Und genau diese Idee stelle ich Ihnen nun vor. Dr. John Saturas verbindet fünf der größten Märkte auf einer Plattform. Das wird der nächste Online-Gigant. Das ist ein riesiges Potenzial, das er den Mitgliedern von Asera zur Verfügung stellt. Also Ihnen und mir, in unserer Firma für die Menschen. Hier sehen Sie fünf große Industrien, die in den letzten Jahren steigende Umsätze gemacht haben und die nun Asera auf einer Plattform vereint. Und zwar Schritt für Schritt nach einem genauen Plan. Sind Sie schon auf einer Social-Media-Plattform? Haben Sie sich schon online weitergebildet? Haben Sie schon online eine Reise gebucht? Und waren Sie schon online einkaufen? Der eine oder andere von Ihnen wird jetzt sagen, ja klar. Aber haben Sie dabei auch mitverdient? Mit großer Wahrscheinlichkeit? Nein. Ab heute ist das anders. Denn mit Asera werden diese Geschäftsfelder auf einer Plattform vereint und Sie können in Zukunft an all dem mitverdienen. Auf eine ganz einfache Weise nach einem ganz genauen Plan. Dieser Plan ist absolut durchdacht und in drei Phasen aufgeteilt. Wir sind derzeit noch ganz am Anfang, in Phase 1. Wir bauen jetzt das Team auf. Wir begeistern jetzt Menschen, die diese Idee in die Welt hinaustragen. Wir sind bereits mehr als 70.000 Mitglieder auf der ganzen Welt, die durch den Aufbau des Teams bereits Geld verdienen. Wie das aussieht, zeige ich Ihnen etwas später. Phase 2 beginnt mit dem Start der eigenen Social-Media-Plattform. Diese Social-Media-Plattform wird einige Besonderheiten haben. Jeder kann sich dort kostenlos registrieren. Und für jeden Freund, den Sie auf diese Plattform einladen und der diese Plattform auch nutzt, erhalten Sie einen Dollar. Und in der Folge, wenn Ihre Freunde dann weitere Freunde einladen, bekommen Sie 10 Cent. Und zwar bis zu maximal 21 Millionen Menschen. Jetzt werden einige beginnen zu rechnen. Ja, das kann sich summieren, wenn viele Menschen dazu eingeladen werden, diese geniale Plattform zu nutzen. Da die Menschen bei dieser Plattform allein durch das Gewinnen von Freunden schon Geld verdienen, wird diese Social-Media-Plattform schnell wachsen. Und drei bis fünf Monate nach dem Start der Social-Media-Plattform wird Asira etwas Geniales auf den Markt bringen. Eine 3D-Shopping-Mall, ein virtuelles Einkaufszentrum mit sensationellen Preisen. Sie gehen dort mit Ihrem eigenen Avatar einkaufen, können sich alle Produkte in 3D von allen Seiten ansehen. Dieses virtuelle Einkaufszentrum wird sensationell sein. 9000 Marken mit über 500.000 Produkten stehen schon bereit. Und alle, die bis dahin schon ein Team haben, werden dann je nach Teamgröße an dieser Asira E-Commerce-Plattform beteiligt sein. Und jeder Unternehmer weiß, was das bedeutet. Amazon verzeichnet mehr als 1,6 Milliarden Umsatz am Tag. Und wer verdient? Stellen Sie sich vor, wenn unser eigenes virtuelles Einkaufszentrum in Zukunft die Umsätze macht und Sie am Gewinn von Asira mitverdienen. Nicht die großen Konzerne wie Amazon und Alibaba streifen die Gewinne ein, sondern wir. Wir haben unser eigenes virtuelles Einkaufszentrum mit sensationellen Preisen und Sie verdienen mit. Und zwar ganz entspannt. Nur, weil Sie Asira weiterempfohlen haben und Ihr Team unterstützen. Also ich persönlich finde das genial. Stellen Sie sich einmal vor, Sie wären 1994 bei Amazon oder 2004 bei Facebook am Anfang mit einer Beteiligung dabei gewesen. Tja, wir haben jetzt die Chance, bei einer Firma dabei zu sein, die für die Menschen agiert. Ein Online-Gigant, der jetzt im Entstehen ist. Und Sie können jetzt mit voller Begeisterung sagen, ja, ich bin dabei. Welche Produkte bietet Asira jetzt schon an? Asira hat derzeit drei digitale Produkte. Weitere Produkte sind in der Entwicklung. Das erste Produkt, die Asira Akademie. Diese Akademie stellt Ihnen rund um die Uhr Wissen von Experten in zahlreichen Sprachen zur Verfügung. Wir sind international tätig und es sind schon Beiträge auf Deutsch, Englisch, Chinesisch, Portugiesisch, Spanisch, Griechisch, Französisch und andere vorhanden. Und es erweitert sich immer mehr und es kommen laufend weitere Beiträge und Möglichkeiten dazu. Das Wissen, das dort vermittelt wird, ermöglicht Ihnen, Ihr Potenzial zu erkennen und zu erweitern, um Ihr Leben so zu gestalten, wie Sie es sich im Innersten wünschen. Nach dem Motto, raus aus dem Hamsterrad und richtig leben. Asira hat auch ein eigenes, hochmodernes Filmstudio in Dubai. Dieses Studio wurde für die Aufnahmen der Beiträge für die Akademie, für die Aufzeichnung der Online-Veranstaltungen und im Besonderen für die Teampartner errichtet. Für diejenigen, die bereits erfolgreich Teamaufbau betreiben und die Vision von Asira weitertragen. Ab einer gewissen Größe Ihres Teams werden Sie in dieses Studio eingeladen und dürfen vor laufender Kamera Ihre Geschichte erzählen. Sie werden durch Asira bekannt und sichtbar. Wie fühlt sich das an für Sie? Das zweite digitale Produkt ist unsere Reiseplattform mit Vergünstigungen bis zu 70% und einer Bestpreisgarantie, ausgenommen bei Flügen und zusätzlichen Travelpunkten bei jeder Reise. Ab jetzt können Sie immer am günstigsten reisen. Unser drittes Produkt ist Codebreaker von Cherry Tree. Ein kleiner Bereich von Codebreaker ist das Kickstarter Pro, das allen Teampartnern kostenlos zur Verfügung steht und einen wissenschaftlich validierten Persönlichkeitstest beinhaltet, der Sie darin unterstützt, sich selbst und andere besser zu verstehen und der Ihnen beim Teamaufbau hilft. Der ganze Codebreaker Explore ist bei uns für Partner, aber auch für Kunden zu erwerben. Dieses umfangreiche Tool, das Unternehmen ermöglicht, Ihren Umsatz beträchtlich zu steigern, wird Ihnen gerne in einem Dreiercall erklärt. Das wäre jetzt zu aufwendig. Cherry Tree ist mit Ihrem erfolgreichen Unternehmen ein direkter Partner von Asira geworden. Da sie das volle Potenzial von Asira erkannt hat und bei diesem genialen Projekt mit Ihrer Firma mit dabei sein möchte. Wie können Sie nun mit Asira Geld verdienen? Ganz einfach. So, wie Sie auch andere Dinge, die Sie gut finden, weiterempfehlen. Empfehlen Sie Asira einfach weiter und werden Sie dafür bezahlt. Wir haben derzeit insgesamt neun Einkommenswege und mittlerweile sogar eine zusätzliche zehnte Einnahmequelle. auf die ich später noch eingehe. Es würde jetzt zu weit gehen, wenn ich Ihnen jetzt im Detail alle neun Einkommenswege erkläre. Das, was ich Ihnen jetzt schon zeigen möchte, ist ein Einblick, wie das Marketing aufgebaut ist. Sie sehen in der Mitte eine Person. Das sind Sie. Wir nehmen nun an, Sie erzählen drei Personen von Asira und diese sind genauso begeistert wie Sie und machen mit bei Asira. Sie unterstützen diese drei, dass Sie wiederum drei Menschen für Asira gewinnen und das setzt sich sofort. Rechts sehen Sie, wie sich das unter Ihnen in einer sogenannten Dreiermatrix vervielfacht. Wenn Sie auf der 15. Ebene angekommen sind und diese, wie in diesem Beispiel, voll wäre, dann sind insgesamt 21 Millionen Menschen in Ihrem Team unter Ihnen. Egal, ob diese aus Ihrem eigenen Team sind oder Personen, die von anderen unter Ihnen geschrieben wurden. Wenn unter Ihnen Produkte oder Pakete gekauft wurden, verdienen Sie immer mit, wenn Sie aktiv sind und ab der vierten Ebene, wenn Sie eigene Teampartner aufgebaut haben. Ganz rechts sehen Sie die Prozente pro Ebene, die Sie im Team oder Platzierungsbonus erhalten und zusätzlich kommen aber noch mehr als acht Einkommenswege hinzu, die Ihnen Ihr Empfehlungsgeber mit einer Führungskraft gerne in einem Dreiercall erklärt. Mit diesem Marketingplan möchte Asera die Network-Industrie revolutionieren. Deshalb werden auch immer wieder Verbesserungen gemacht, die jedem Einzelnen von uns ermöglichen, auf ganz einfache Weise Schritt für Schritt die Karriereleiter hochzugehen. Es soll sichergestellt werden, dass jeder Geld verdient und für seine Leistungen anerkannt wird. Und bis zu 80 Prozent der Einnahmen fließen wieder ins Team zurück. Bis zu 80 Prozent, das ist deshalb möglich, weil wir digitale Produkte haben und weil Asera die Firma für die Menschen ist. Das Hauptziel ist, dass jeder im Team davon profitiert. Sind Sie bereit für Asera? Mit welchem Paket möchten Sie starten? Es gibt für den Einstieg verschiedene Pakete, von ganz klein bis ganz groß. Jedes dieser Pakete beinhaltet den Platz in der Dreiermatrix, den ich Ihnen in der vorherigen Folie gezeigt habe. Diesen Platz haben Sie für immer und Sie können ihn sogar eines Tages vererben. Und Sie haben die entsprechenden digitalen Produkte von Asera mit der Möglichkeit, an mehr als neun Einkommenswegen mitzuverdienen. Welches Paket jetzt für Sie am besten passt, besprechen wir gerne bei einem Dreiercall, in dem Ihr Empfehlungsgeber mit einer Führungskraft die Unterschiede erklärt und Sie dann für sich die beste Variante finden. Zusätzlich zu all dem, was Sie sowieso schon erfahren haben, ist es so, dass Sie mit dem Erwerb eines Pakets bei Asera alle 10 Minuten Satoshi erhalten. Satoshi ist die kleinste Einheit des Bitcoin. Und immer, wenn Sie durch ein erworbenes Paket oder ein laufendes Abo aktiv sind, erhalten Sie Satoshi. Und weiterer Satoshi, wenn Sie ein Team aufbauen. Warum macht Asera das? Weil wir für die Zukunft gerüstet sein sollen. Und da gehört neben den digitalen Produkten auch eine digitale Währung dazu. Und wenn Sie sich da noch nicht auskennen, dann macht das nichts. Das lernen Sie bei Asera. Neben den Satoshi hat Asera im Success-System auch ein professionelles Tool integriert, das automatisiert für uns arbeitet und Ihnen ermöglicht, auf einfache Weise Menschen für Asera zu begeistern. Außerdem haben wir ein hochmodernes Backoffice, eine eigene Kreditkarte und auf Wunsch Bitcoin Aus- und Einzahlung. Und laufend kommen neue, geniale Ideen dazu. Also ich kann nur jedem empfehlen, jetzt bei Asera mitzumachen. Wir laden Sie ein. Werden Sie ein Teil der Vision von Asera. Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz und bauen Sie mit uns den ersten Online-Giganten auf, der für die Menschen da ist. Und von dem Sie voll und ganz profitieren können. Nutzen Sie diese einzigartige Gelegenheit und werden Sie die nächste Erfolgsgeschichte bei Asera. Die erste Erfolgs하지 Die zweite Erfolgsung Die Omae Arb kilos Ab sch Fury Ab schifiable Die zweite Erfolgs